Musik 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 Das war Schuhputze. Sollte man die Schuhe putzen, damit man auch heute Morgen was drin hatte. Von der Deutschen Bahn. Und da hat er gesagt, ich will Ihnen nur mal sagen, heute ist Mikolaus, also morgen ist Mikolaus, putzen Sie Ihre Schuhe. Weil am Sonntag, wenn der WC-E da hätte kommen, oder hätte keiner gewusst, was er da hat. Von der Schuh für die Schuh, woher Sie die Schuh, woher Sie es noch nicht? Die Schuh, woher Sie die Schuh? Die Schuh, woher Sie sich? Oh, das ist die Schuh, das ist die Schuh. Oh, ich bin mir schon mal, ich bin mir schon mal, ich bin schon mal. Oh, 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 oh. Das ist ein Krokodil aus dem Kassballtheater. Das hat mehrere Dinger, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.